Und jetzt, Rolli und Rita! Guten Morgen! Es ist 7.30 Uhr, halb 8. Aufstehen bitte! Guten Morgen! Ich gehe ins Badezimmer. Rolli, fasch dich! Rolli, putz deine Zähne! Zieh dich an, Rolli! Rolli! Saubere Socken, Rolli! Und hier ist eine Nachricht für Rolli Schmidt. Rolli, mach dein Bett. Deine Mama kommt um 12 Uhr nach Hause. Es ist halb zwölf! Rolli!